Lüftungskonzept und Lüftungsplaner. Das Programm Lüftungskonzept 3D Plus von Hodgenroth ermöglicht die Nachweisführung der aktuellen DIN 1946-6. Die Nachweisführung ist bindend für alle Neubauten und Sanierungen von mehr als einem Drittel aller Fensterflächen und bei Dachabdichtungen in Ein- und Mehrfamilienhäusern. Einfache tabellarische Eingaben zur schnellen Ermittlung der Notwendigkeit einer lüftungstechnischen Maßnahme sowie die Gobber auf oder Übernahme mit Hilfe von Hotcard sind in den jeweiligen 3D-Versionen integriert. Mit der einheitlichen Datenerfassung von Hodgenroth können so Berechnungen wie Energieberatungen, Heizlast und Simulation mit der Berechnung der Lüftungskonzepte und Lüftungsanlagen einfach kombiniert werden. Sie sparen Erfassungsaufwand und gewinnen Flexibilität beim Anbieten Ihrer Dienstleistung. Mit Hilfe von raumweisen Eingaben von Gebäuden erhalten Sie zusätzlich die notwendig abzudeckenden Volumenströme für die einzelnen Maßnahmen. Die Berücksichtigung für innenliegende Bäder ist mit der aktuellen DIN 18017 bereits integriert. Alle berechneten Ergebnisse können Sie stets via Druckfunktion in verschiedenen Formaten ausgeben. Ein optionaler Word-Export ermöglicht die Editierung von Ausdrucksformularen. In der höchsten Version Lüftungsplaner 3D Plus können aufbauend auf diesen Berechnungen herstellerspezifische Systeme gewählt und ausgelegt werden. Neben der integrierten Druckverlustberechnung werden benötigte Materiallisten erstellt und zum Beispiel als UGL bereitgestellt. Die Integration der Lüftungsanlagen direkt in HotCut ermöglicht nicht nur die einfache visuelle Darstellung einer Lüftungsanlage, sondern erzeugt neben Dokumentationsplänen auch Einbaupläne und 3D-Modelle. Dies beschleunigt auch die Erfassung und Berechnung von Materiallisten. Die Software ist aktuell in drei Versionen erhältlich. Lüftungskonzept 1946-6 ohne HotCut, Datenübernahme und Anlagenauslegung und Lüftungsplaner 3D Plus inklusive HotCut, Datenübernahme und Anlagenauslegung. Überzeugen Sie sich selbst von der einfachen Bedienung und kontaktieren Sie uns oder laden Sie sich direkt die Demo-Version auf unserer Homepage herunter.